erstmal wünsche ich euch noch frohe ostern ihr liebe leute meine tochter auch die hat gerade meine gehäkelten ponchos an die ich für sie gehäkelt habe genau einmal drehen ja warte mal ich muss euch mal ein bisschen ein bisschen näher ich bin verrutscht tut mir leid so das sind die gehäkelten herzen ich habe das nur dichter ran gescrollt mehr nicht ja jetzt noch mal noch mal nur die arme muss hier so aufpassen dass ich das nicht dass ich die gesicht nicht draufkriege alter ja genau so und dann pause drücken so liebe leute ist leider da muss ich noch mal bisschen hier was machen und tun ich weiß zwar noch gar nicht wie aber ein poncho hat sie erst mal ja gut okay das war dann die die oster videos ja dann macht euch zwei schöne tage schönes wochenende wenn ich mit etwas neuem wieder fertig bin dann möchte ich mich gut ok